Zu Wort, es liegt mir jetzt eine weitere Wortmeldung vor. Eine Wortmeldung. Ja, von wem ist die Frage? Von Ihnen, Frau Abgeordnete. Bitte, Frau Atken-Yilmaz, Sie sind am Wort. Und es gibt eine erneute Wortmeldung von Noten-Yilmaz von der SPÖ. Dankeschön, Frau Präsidentin, Herr Abgeordnete Schrage. Sie verdienen 5.000 Euro netto und sind den Flüchtlingen neidig, dass sie von 21 Euro pro Tag auf 26 Euro erhöht wird. Schämen Sie sich. Sie verdienen mehr. Es ist wurscht, aber von diesem Platz her verdienen Sie 5.000 netto. Ja, aber Sie bekommen, warum vergleichen Sie, warum vergleichen Sie immer jene Menschen, die noch weniger haben? Haben Sie es geschafft, all die Kürzungen, die Sie bei den Mindestpensionistinnen gekürzt haben? Kassen? Nein, haben Sie nicht. Keinen Groschen mehr haben die bekommen bei Ihnen. Sie müssen sich alles selbst bezahlen. Durch Sie hat hier in Österreich keine Mindestsicherungsbezieherin mehr bekommen als Ihre. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.